Musik Den Hauptpreis in der Kategorie Produktivität holte ein Betrieb aus Andorf beim oberösterreichischen Agrarpreis. Auch zwei Betriebe aus Breuerbach und Iverding konnten sich mit ihren Erfolgskonzepten aus der oberösterreichischen Landwirtschaft den zweiten Platz sichern. Weiterhin auf Erfolgskurs sind die höhenharter Faustballer in der zweiten Bundesliga. Mit einem Sieg über Schwanenstadt sicherten sie sich sensationell die Tabellenführung. Beim neuen Lochturnier Ritters Rosenturnier auf dem Golfplatz in Freienberg sicherte sich Johann Herzig den Proto-Sieg. Biomasse rockt das Woodstock der Blasmusik in Ort im Inkreis der Biomasse-Pionier Hargassner aus. Wienig steigt erstmalig als Sponsor beim größten Blasmusik-Festival mit ein. Durch den Einsatz dieser Technik kann der ökologische Fussabdruck um fast 8 Tonnen CO2 verringert werden. Der Stürmer Christoph Monschein wechselt zur SV Gunthermatik Ried. Der Arm-Nationalspieler will zeigen, wie hungrig und erfolgreich er noch sein kann. Mit einem Laktattest starteten die Riederkicker am Trainingsplatz der Sportarena Geinberg in den sportlichen Auftakt der neuen Saison. Die jungen Wikinger Ried gehen mit dem neuen Cheftrainer Maximilian Senft in die neue Saison. Der 32-jährige Wiener arbeitete bereits als Co-Trainer bei Austria Wien, beim WRC und beim FC Barnsley.